Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, was denkst du? Nichts Besonderes. Ist irgendwie verrückt, hier zu sein. Aber gut verrückt, oder? Ziemlich. Ich meine, ich habe einen Schmuck. Das ist doch so schön. Das ist doch schön. Das ist so schön. Untertitelung des ZDF, 2020